ja hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren let's play arma 3 die kampagne ich wollte mir jetzt noch mal schnell das video zusammen machen mit euch damit wir damit ich beruhigt ins skilager fahren kann nicht spaß ich wollte nur das video noch raushauen weil das ist dann ja das letzte für diese woche bis freitag sein wird also danach kommen erst wieder videos weil ich im skilager bin und da wollte ich noch mal alles besprechen also letztendlich geht es hier um die spannungen haben zugenommen dann haben sie uns verraten die grünen also die es und dann mussten wir natürlich uns sammeln mit den anderen die noch überlebt haben und jetzt müssen wir jetzt wir in einer stillgelegten militärbasis und naja wie es jetzt weitergehen ich bin ja schon gespannt wie wir jetzt aus dem fliegen situation rauskommen aber naja schon mal vielleicht hilft uns ja auch der präsident mehr oder weniger und schickt ein paar schöne flieger zu uns und hilft uns schon mal ich weiß es nicht süß scheint der krieg den unerfahren erasmus okay immer diese weise spruch am anfang von dem von dem von dem von 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 naja also paar sachen zusammenpacken und dann meldung machen das ist noch mal jetzt auch mal hier zusammen wo können sachen von durchland römer schon 30 metern ist aber nicht sachen zusammenpacken oder vorzüge hier war noch irgendwo ein checkpoint gerade im 30 metern oder so interessante neben informationen aber ist das munitionszeug alles dahinter oder was kann nicht sein laufen wir alle aber gut dass wir schon mal bis hier überhaupt geschafft haben und die müssen das zeug zusammenpacken aber ich habe mich gerade wo das ganze zeug ist wahrscheinlich da drinnen ja denke ich mir eher 13 minuten also müssen uns beeilen öffnen öffnen die tür hängt was zu tun 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 die will nicht aufgehen dann mal gucken am reingang wir sollten doch da rein oder das da ist nichts drin ach gotti wo haben sie es denn da 12 meter 10 meter auch so bei dem soll ich dann meldung machen auch okay aber ich muss erst sachen packen aber wo freue mich grad ich habe mal ein bisschen um munitionskiste standardwaffen nicht ich denke dann haben wir schon alles oder oder ne ne da hinten naja da sind die ganzen sache aber ich kann sie nicht nehmen akte campingtisch tragbares langweil langweilradio zu trinken selitentelefon schütze ja ok ja dann mache ich mal meldung bei unserem freundchen hier drüben ja meldung mache jetzt also immer salutieren jetzt ja auch ok gut das sind jetzt viele verzweifelt plan sehr gut pläne mag ich alle stehen hier versammelte und jetzt auf nach 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 K.I.K. Und was wir vielleicht hatten, ist entweder halbwegs strapp, oder völlig bereit. Wir müssen uns organisieren. Re-Arm, machen ein Plan, und zurück die Initiative. Wir spüren. Ich habe drei Männer, Conway, Lacey und Mitchell, für jeden Leder Squad. Alfa und Charlie. Meine eigene Team wird ein Delta unter der Kommande von Lieutenant James. Die erste Priorität ist Situational Awareness. Half our force will go on recon. Another squad will dig in here und take stock of whatever equipment we've got to hand. Und das bleibt uns mit unseren Motor Crescenten. The AAF managed to bring down a Blackburn. It crash-landed dangerously close to our position. It was a burning wreck and a smoke stack a mile high. And that is no good. The AAF will secure the crash site and make a sweet friend to drive and get rid of it to you. Questions? Alright. That's new back gentlemen. Das hört sich doch mal gut an. Das hört mir ja schon mal gut. Wir haben die Wahl zwischen drei Waffen. Wir haben hier nochmal eine Munitionsküste. Ich kann mal ein bisschen lautere mit dir was hört. Ich glaub man hört es ein bisschen schlecht. So. Mit Granatwerfer. Was ist da drin? Auf jeden Fall Munition ist wichtig. Ein bisschen mehr mal. Ein paar Erste-Hilfe-Kasten mehr bräuchten wir auch noch. Damit wir hier mal ein bisschen aufpassen können. RCO-Visiere. Sehr gut. Dann Schalldämpfer. Können wir auch noch gebrauchen. Taschenlampen, Fernglas. Brauchen wir immer. Okay. Wollen Schalldämpfer mehr oder weniger. Ja. Ne, Brian jetzt nicht. Mein Team wird ja auch keine Schalldämpfer haben. Granaten. Und jetzt noch eine Erste-Hilfe. Wäre auch nicht schlecht. Oder ne? Was haben wir denn hier noch? Okay, ja. Was ist da drin? Ah, da ist nix drin. Sprengladung habe ich auch schon eine. Splittermine. Splittermine. Okay. Sonst war's das, ne? Den Laserpante können wir noch dran machen? Naja, nicht. Aber ansonsten würde ich sagen, wir schnappen uns noch ein paar... Ja, dann schnappen wir uns noch ein Magazin rein und... Auf geht's, ne? Okay. Dankeschön. Das war's. Ja, jetzt frem' ich nur wohin. Achso. Hä? Ah, da oben. Ich seh's gerade. 48 Meter. Und dann geht's glaube ich schon los, ne? Dann muss ich schon bereit sein. Achso. Cool. Der überlebende Rest der TF unter dem Befehl von UKSF Captain Scott Miller. Copperrill. Hm. Okay. Sammeln. Okay. Gehen wir jetzt weiter. Blackfoot Down. Okay. Jetzt müssen wir den Blackfoot retten. Blackfoot Down. Ein NATO-Elikopter ist in einem Wald. Abschnittstelle untersuchen. Okay. Der Plan sieht so aus. Sergeant Conway. Primär-Trupp hauptsächlich bestehend aus erfahrenen Soldaten, geeignet für die Verses-Mittel-Missionsprofile. Und hier dann Sergeant Lesley. Und hier dann Sergeant Lesley. Lazy. Sekundär-Trupp mit der Aufgabe, Aufklärung und Unterstützung für Alpha-Trupp zu leisten. Okay. Dann würde ich sagen. Let's go. Let's go. Okay. 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 Das ist ein Comanche. Oh verdammt. Den hat es ganz schön zerfetzt. Okay. Verteidigungszone anrichten. Mit Minen. Wie mache ich das am leichtesten? Hoffnung. Achter. Falkon, wir haben einen Geist auf dem Krebs unter dem Krebs. Er ist immobilisiert. Wir haben keine Bezeugung für ihn ver�brennt. Entfernt ein Euremissions. Er ist nicht einfach, dass wir ein Heimbach der Szenen knappen. Also ist ein Hilo hier. Acht Von kirna Von kirna kommen sie also von da würde ich hier auch noch eine splittermine legen Und da noch eine Sprengladung würde ich sagen Hammer rundum was und splittermine Sprengladung platziere ich jetzt noch hier Alles klar Team Leder Bin soweit Oder sollte ich die jetzt ein bisschen anders legen weil die kommen mir von kirna Kirna ist ja da unten dann hole ich die nochmal und leg sie ein bisschen anders WTF Ich bin meine eigene ich bin meine eigene mine gelaufen oh gott bin ich schlau Ich bin meine eigene mine gelaufen Ah hell wie schlau bin ich denn Oh man Oh man Ich bin bereit Ich bin bereit Ich bin bereit So weit Ok wohin schaut mein Team Leader Da lang Ok dann denke ich auch dass wir da kommen Da und da Ja da sind die Minen und da ist eine Sprengladung Gut Ein bisschen Entfernung sollte ich schon haben Ok Hoffentlich Hoffentlich Kann ich zu lange genug verteidigen Jetzt habe ich keine Granatendinger mitgenommen Oh mein Gott Ich bin bereit Nah. Das tut. Granate. Was? Behind us? Oh. Wo ist denn der? Ich seh den nicht. Bin ich jetzt blind oder was? Oh, nein. Nicht schon wieder. Mann, ey. Ich krieg's kotzen. Ich krieg's kotzen. Jetzt komm. Jetzt soll's funktionieren. Falcon, wir haben einen Survivor auf der Krasse. Er ist immobilisiert. Wir haben nicht die Supplieren, um ihn zu gehen. Wir haben einen Medivirus. Okay, jetzt weiß ich aber genau, wo sie kommen. Jetzt hab ich kein Problem die Dinger zu legen. Okay. Okay. Wir haben einen Element von Delta. Sie können einen Stretcher. Sit. Aus. Aus. Sie geht schon hoch. So, jetzt mach ich's aber. Jetzt schaff ich's. Jetzt schaff ich's. Okay. So, perfekt. Okay. Ich hab nur ein Magazin in der Pistole. Jetzt schaff ich's aber. Jetzt. Wirklich Leute. Jetzt. Jetzt mach ich das. Jetzt hab ich kein Problem mehr. Gut. Mine liegen. Das heißt. Sobald sie kommen. Adios Amigos. Was. Jetzt geht's los. Mine liegen hoffentlich nicht zu nah. Aber ich bin schon leicht verwundet. Das, das, das stört mich jetzt irgendwie. Und ich hab keine Sachen mehr. Warte. Oh, da sind sie. Da sind sie. Da sind sie. Die hab ich jetzt gesehen. Nachladen. Carri! Feier an dieses Soldat! Flut? Granate raus. Und? Was ist nett? Doch jetzt hab ich ihn gekriegt. An diesem Mann! Dahinter! Und kontakt! Soldat! Das sind die забrennivele! Ich hab's eine Mine gelegt oder? Eigentlich sollte die mine auch was taugen Oh, da ist er Ich muss runter, ich muss runter Granate Jetzt die mine hochgegangen Was the fuck von wo? Von da Nein, nachladen Gott sei Dank sind die so schlecht die Gegner, ey Ich sehe aber gar nichts hier, das ist voll unübersichtlich Ah, Gott, Gott sei Dank Wir haben es, glaube ich, geschafft Ah, sehr gut Na super Okay Ja, wie denn Nein, nein, ich habe doch hier noch meine Sprengladung Das ist doch meine Sprengladung Oder ist das wieder eine Mine Das ist meine Sprengladung Oder? Ja Ich will die deaktivieren Oh fuck Darf ich da eine Mine? Da darf ich jetzt dann hier so ein Ding suchen Eine Bombe Jetzt hat er dabei nichts Verdammt Ja, normalerweise kann man ja die noch aufheben Achso, 37 Meter durchsuchen Okay Da muss ich da hin Aber ohne in eine Mine von mir hineinzutreten, bitte So, wahrscheinlich auch ein Sprengspezialist von den Gegnern Sprengladung nehmen So, jetzt habe ich sie Und jetzt den Helikopter, den Arm, schön Helikopter in die Luft jagen, den Comanchei Auch Blackfoot genannt Na dann Let's do it Am besten unter ihn platzieren Damit ich hier einen Boom macht Das ist schon logisch Dann lasst uns mal hier weggehen Aber gut ist auch, dass ich hier ein Spiel so 60 FPS auf allen, auf allen Ultraserings hab Muss ich mal gucken, wieviel ich hab Aber das kann man jetzt nicht gucken, das kann man nur im Ding gucken Aber das sieht schon sehr schön flüssig aus Weil im Multiplayer gibt es ja so Probleme mit 30 FPS und 40 Auch mit den besten Grafiken überhaupt Von dem her Naja Alright, Terry, mach's Booo Ist das Wreck jetzt falsch? Ach, sieht man nicht Ach, sehr gut, geschafft Jawohl, so muss das sein Na dann Leute, war's das Mit unserer Mission Dann bis zum nächsten Mal Macht's gut Ciao Ich bin jetzt erstmal Skifahren Macht's gut, ciao